Ganz schön mutig, wenn man dem eigenen Präsidenten öffentlich widerspricht. Genau das macht heute die oberste Promi-Liga wie Leonardo DiCaprio und Co., die sich schon seit Jahren für das Klima einsetzen. Sie kritisieren den Ausstieg von Donald Trump aus dem Pariser Klimaabkommen aufs Schärfste. Von Amerika auf Interlaken zum Swiss Economic Forum, wo sich die ganze Schweizer Wirtschaftselite tummelt. Das Motto der 19. Ausgabe lautet «Live the world». Für ein wildes Leben im Alltag braucht es aber Mut, Vertrauen und Freiheit. Ob unsere Manager das alles haben, haben wir gestern beim gemütlichen Get-Together nachgefragt. Ja, wieso macht man das? Diese Frage stellt sich Michel Biri sicher noch ein paar Mal in seiner neuen Webserie «Michel muss mal» – zu sehen immer am Sonntag auf der Facebook-Seite von SRF 3. «Mutig» – übrigens auch das neue Stück von Patrick Frey und Katja Früh «Exit retour» – eine Komödie über die Sterbehilfe. Was da dahinter steckt, erzählen Sie mir dann am Pfingstsundi bei Glanz und Gloria Weekend. Ich freue mich auf das Gespräch und hoffe, ihr seid mit dabei. Bis dann, auf Wiedersehen!